Dann recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Endstand 1 zu 2. Wie es sich gehört, darf der Gast das erste Fazit zum Spiel machen. Theresa Merck, bitte einmal das Fazit. Ja, wir sind natürlich extrem froh, dass wir die lange Heimreise jetzt mit drei Punkten im Gepäck machen können. Erstmal wirklich ein riesen Kompliment an euch, an den ganzen Club, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Heute war extrem cool, tolle Atmosphäre wirklich über die gesamte Spielzeit. Es war das umkämpfte Spiel, mit dem wir gerechnet haben, dass die Bremerinnen natürlich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen und alles reinhauen werden. Das war auch das, was wir erwartet haben. Wir haben uns wirklich schwer getan, auch zu Beginn, auch mit der Kulisse wahrscheinlich ein Stück weit schwer getan. Im Spielaufbau wenig gute Lösungen gefunden. Viel dann mit langen Bällen laboriert, was aber eher Bremens Stärke ist im Kopfballspiel als unsere. Das hat es uns noch zusätzlich schwer gemacht und finde auch nicht, dass wir unverdient dann in Rückstand geraten. Und dann ist es natürlich cool für uns zu sehen, dass wir mit Effizienz auch so dreckige Spiele dann gewinnen können. Und deshalb sind wir einfach froh, dass wir die drei Punkte hier mitnehmen können. Vielen Dank. Thomas, dein Fazit. Ja, eigentlich kann ich gar nichts mehr dazu sagen, weil du schon alles gesagt hast. Also Glückwunsch an Freiburg zu dem Auswärtssieg. Ja, diese Effizienz, die hätten wir auch gerne an den Tag gelegt. Wir haben wirklich alles auf den Platz gelassen. Wir haben die erste Halbzeit uns von der Atmosphäre tragen lassen. Wir haben Freiburg überhaupt nicht aufbauen lassen. Wir haben das sehr gut unterbunden. Wir haben das 1 zu 0 dann auch verdient gemacht. Unglücklich natürlich das 1 zu 1 direkt vor der Halbzeit. Wir wussten, wie Freiburg ihre Tore macht, dass auch aus solchen Einwurfsituationen oder Kontersituationen Tore fallen. Das ist dann leider in der zweiten Halbzeit auch passiert. Dass der Ausfall von Kati Schichtel zur Halbzeit hat uns sicherlich nicht stärker gemacht. Wir mussten dann Lina Hausicke aus dem defensiven Zentrum in die Dreierkette zurückbeordern. Und ja, haben es versucht. Freiburg hat dann zweite Halbzeit ein bisschen Übergewicht bekommen und leider dann auch das 2 zu 1 gemacht. Ich bin trotzdem begeistert, wenn ich das Event betrachte und sehe, was die Werder-Fans sich auf die Beine gestellt haben und wie unsere Mannschaft versucht hat. Wir haben eben diese Effizienz nicht gezeigt, wie Freiburg sie gezeigt hat. Wir hatten ja auch noch die ein oder andere Gelegenheit, 9 zu 1 Standards oder 10 zu 1. Ich weiß es gar nicht genau. Haben da dann keinen mehr reingemacht. Und deswegen haben wir dann unterm Strich leider dann das Spiel verloren. Aber ich habe auch, ja, meine Mannschaft hat nicht gespielt wie ein Absteiger, um das mal ganz klar zu sehen. Ich finde, die haben sehr engagiert gespielt. Und deswegen stehen wir natürlich auch mit dem Rücken zur Wand, klar. Aber wir werden weiterarbeiten und ich gehe davon aus, dass wir auch die nötigen Punkte noch holen werden. Vielen Dank. Dann Fragen aus dem Publikum. John-Julian Baird. Zwei Fragen, Thomas. Die erste, zunächst mal, was ist mit Katharina? Kannst du da was sagen, warum du sie rausholen musstest? Ja, Kathi hat ja schon, na klar, Kathi hat schon länger eine Sehnenreizung unterm Fuß. Und war deswegen ja letzte Woche in Essen auch nicht dabei. Hat deswegen auch die Spiele bei Österreich nicht gemacht. Und zur Halbzeit ging es dann eben gar nicht mehr. Also wir haben das schon die Woche über dosiert mit Training hinbekommen. Und ja, wussten eben aufgrund der Grundordnung von Freiburg auch, dass wir mit Dreierkette spielen wollten. Und ja, nach 45 Minuten hat jetzt der Fuß dann gesagt, keinen Meter mehr. Und dann mussten wir sie rausnehmen. Du hast es eben ein Event genannt. Schon bevor das losging, hat der Verein überlegt, ob man sowas nochmal machen sollte. Wenn man das jetzt heute erlebt hat, war das ein Plädoyer dafür, es nochmal zu machen. Wie sind da deine Gedanken? Ja, absolut. Man muss natürlich auch sagen, dass wir vorher, natürlich haben wir gehört und es war ja auch klar, wie die Zuschauerzahl sich entwickelt. Aber was ja völlig unklar war, wie die Mannschaft auf so eine Kulisse überhaupt reagiert. Natürlich haben wir gehofft und haben das auch so immer wieder gesagt, dass wir uns davon tragen lassen. Und das haben wir ja tatsächlich auch uns davon tragen lassen. Aber das konntest du vorher ja überhaupt nicht wissen. Also das macht ja auch was mit allem, wenn da auf einmal 20.000 sind. Das hat von denen vielleicht Kati Schichtel bei einer Europameisterschaft irgendwo erlebt. Aber das glaube ich auch fast gar nicht. Aber ansonsten hat das noch keiner erlebt und schon gar nicht im Weserstadion. Und wenn man das jetzt erlebt hat und wie die Mannschaft und die Fans und die ganze Stadt dann zusammengewirkt haben, dann können wir von mir aus jede Woche hier spielen, wenn das so weitergeht. Also das war top. Herr Florenzen. Eine Frage noch an Herrn Horsch. Trotzdem nochmal, wie klären Sie sich, weil man hat das Gefühl, ab der 40. Minute, also der Ausgleich hat sich auch so ein bisschen angekündigt, war da so ein Bruch im Spiel. Wie das zustande gekommen ist, würde mich nochmal interessieren. Ja, ob es jetzt genau die 40. Minute ist oder letztes Mal haben wir in München 45. plus 1 oder in Essen nach der Halbzeit irgendwie mal. Also das ist schwer zu sagen. Wer da das genau wüsste, wie das abzustellen ist, den suche ich noch. Aber da gibt es keine Erklärung für. Also weder, dass einer auf die Uhr kommt und sagt, ich bin jetzt nicht mehr konzentriert, noch ist es ein Fitnessproblem. Wir sind einfach dabei, einen riesen Aufwand zu betreiben. Ja, dass Freiburg dann auch mal eine Chance kriegt. Und das war ja nun keine großartig herausgespielte Chance. Das ist dann leider mal so. Dann noch Nachfrage. Ich merke nochmal, Giovanna Hoffmann war ja seit längerer Zeit mal wieder hier. Die war ja mal eines unter größten Talente. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wie sie sich bei Ihnen entwickelt und welche Rolle sie in Ihrer Mannschaft spielt. Ja, ich glaube, heute hat man gesehen, dass Giovanna im Moment eine wichtige Stütze ist für unsere Mannschaft von dem Sturmzentrum, weil sie eine sehr natürlich wuchtige Spielerin ist, weil sie Bälle gut festmachen kann, weil sie Bälle gut verlängern kann. Was ihr noch so ein bisschen vielleicht fehlt, sind die Tore dann am Ende des Tages. Aber sie macht es auf jeden Fall gut. Und ich glaube, heute war für sie eine emotionale Zerreißprobe, hierher zu kommen. Hat auch wirklich viel, viel einstecken müssen auf dem Platz. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Schiedsrichterinnen doch immer wieder auch mal mehr durchgreifen. Aber das ist so ein Problem, was sich wirklich durch die Liga zieht, meiner Meinung nach. Da bin ich nicht immer glücklich mit den Leistungen, aber egal, anderes Thema. Und sonst, Giovanna Hoffmann, ja, wie gesagt, macht es gut. Ist für uns eine wichtige Spielerin vorne drin, weil wir zwei quirlige Flügelspielerinnen haben. Und dann braucht man auch eine, die mal so ein Kopfballduell gewinnt und eine Kette von Werder Bremen bricht, die alle im Schnitt wahrscheinlich 1,75 bis 1,80 sind. Noch jemand? Oder das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, der Vollständigkeit halber, 20.417 Zuschauerinnen waren heute da und hoffen, dass natürlich einige wiederkommen. Wir haben am 11.12. um 16 Uhr unser letztes Heimspiel, dann gegen die TSG Hoffenheim. Freiburg wünschen wir eine gute Heimreise, weiterhin viel Erfolg. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr in Freiburg. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.